guten morgen liebe leute heute ist samstag genau und heute am samstag hat die lumi ihre erste große party auf die sie eingeladen ist ja zu wem gehst du zu geburtstag so so viel zu so viel und weißt du schon was da passiert wir frühstücken jetzt erstmal und zwar ziemlich spät weil wir haben schon eine menge gemacht ich habe schon mal geschnitten wieder ich hatte erst ein bisschen probleme mit dem blog irgendwie was heißt probleme ich habe einfach ein 4k aufgenommen und am ende habe ich gesehen genau und nun hat dafür so viel jemals ja schön und in 4k hat ewig gedauert mit rennen natürlich und ewig auch mit schneiden also schneiden ist nicht so schön aber das ergebnis ist eigentlich also die qualität ist halt wesentlich besser weil ich mich hat sie wundert dass die qualität so schlecht geworden ist oder kam mir nur so vor also die kamera ist ja auch schon ein bisschen älter und deswegen mal gucken wenn es hochgeladen ist wie es euch gefällt weil ich jetzt dann sind wir die ganze zeit nur durch die hinkie fahren für anrufen man hat mir leckerer tomatensalat gemacht das war eigentlich nicht für mich ich fand das total süß über nacht als jetzt also heute morgen als sie gewandt hat und sie mir rüber kam ein honi läuft ein honi rennt ein honi geht in die grube und wieder gerade und über ziel hier sind die fotos von ein honi beim baden ein honi als im weltweit war da ist das familienalbum von ein honi und mal so rum da ist es auf einer rakete genau da finden sie gerade auf dem weg erst weltweit und da hat es sein herz in der hand und da schwimmt es da durch da ist es dann dann ist es da heute ist der schrank hier vorne dran mit räumen ja die schöne kollege hast ja nie getragen jetzt war einmal verkauft ich hab das doch nie angewunden so ist schon sehr lange her oder es wurde nicht abgeholt war dann so ein zeichen das kann sein das hast du öfter dann so das ist schon sehr das ist schon sehr Mami, du raufen. Du raufen. Boah, schwer. Schwer? Ja, schwer. Mami, das ist wirklich schwer. Ich muss mal neues Wasser holen. Was machst du da an der Tür? Aber der darf nicht reinziehen. Nee, mach das doch nicht rein. Das passt ja auch gar nicht. Doch, das passt. Nee, das passt nicht. Doch. Luki, mich, zeig doch mal. Ei, ei, ei. Ja, ja. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Aber passiert. Es geht schon wieder weg. Aber es hat immer weh geteilt. Es tut weh. Oh, nein, Papa. Ach, okay. Keine Ahnung. Ich bin weg. Ich bin raus hier aus. Out of the game. Wer ist das? Das ist die Bischmark. Echt? Bischmark? Ich glaube, es soll sein. Inbox. Das ist die Bischmark. Das ist die Bischmark. Es wird voll... Es ist doch... Momma, volle Ding... Das ist die Bischmark. Mama, kann ich nicht. So, jetzt auf zum Geburtstag. Von luimens. Von luimens Freundin. Sophia. Kita Freundin. Sophia. Es war auch noch. Tanken! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Runter! Das sind wohl die Pen hier alle um mich rum. Ich wollte jetzt im Auto, dass Malis kommt und dann... Das ist eigentlich, wenn wir die wieder abholen müssen. Ich stehe hier ins Wetter heuer, das ist so ein bisschen... Oh, das gefällt mir ja nicht, ehrlich gesagt. Aber hier kriegst du keinen Parkplatz. Kannst du machen, was du willst. Das ist schlimm. Einmal weh. Das wird noch. Wenn es aufgeht. Wenn es aufgeht, tut es nochmal weh. Meine ist heute aufgegangen und die hat gebrannt, weil ich eine Mandarine gegessen habe. Das ist richtig so. Das ist am besten. Dann tötet es leer ab. Und jetzt guck mal, wie es jetzt aussieht. Das ist eine richtige Blase. Jetzt ist es nur rot. Ich sehe überhaupt nichts. Du bist so viel zu nah dran, ey. Zeigst du mir den Finger? Mit Absicht? Das ist das, Alter. Guck mal, wie das aussieht. So, wir holen jetzt Lumi wieder ab. Von ihrer ersten Geburtstagsparty, wo sie eingeladen war. Ja. Ne, wie denn alle? Die Parkjahr. Die ganzen Tag sind wir auf Achse. Ja. Und jetzt ist die Party. 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 Und ich hatte eine Party. Party, Party. Ah. Wir hatten die. Manu. Wollen wir das gehen? Ja, wir sind alle wieder zu Hause. Und heute haben wir ja wieder nicht so viel gemacht. Geräumt, geräumt, geräumt. Und so immer noch nicht. Es ist nichts zu sehen. Und du warst bei der Party. Und das hat ja riesen Spaß gemacht, Lumi. Ja. Hast du da so toll gemacht? Ich bin nochmal da drin. Ja. Das war wirklich so toll gemacht. Aber für süß, dass die so viel unsere Namen alle kannten, ne? Ja. Sind wir auch mal angesprochen, Alice. Hast du das erzählt, wie wir heißen, Lumi? Ja. Ja. Das wird gleich benutzt. Ja. Und jetzt, äh... Ja, lass mal uns zu tun. Das ist ja halb acht schon ruhig. Ich bin fix und fertig. Na ja, mal ist das fix und fertig, wie immer. Und jetzt, wie man sieht, ne? Das ist ihre Unterposition. Oh, ich kann mich nicht mehr so fühlen. Haha, der Ballfisch hängt fest. Rollt ihn zurück ins Wasser. Ruf Kriegbis. Schwangere Außer. Ja, schön war das. Netzt sind sie die Kollegen da. Nette Leute. Jetzt mache ich Feierabend für heute. Mini-Blog. Dann soll ich sagen, das Mini-Blog. Ist nichts passiert. Ist heute was passiert. Was ist passiert? Ja, wir fressen. Wir fressen. Wir fressen. Wir fressen. Wir fressen. Das war der Tag von heute. Ich dachte nicht von den einzelnen Essen, aber... Du hast noch bei so viel. Hä? Wie? Du hast die Kali. Du hast die Kali. Du hast die Kali. Du hast die Kali vergessen. Naja, ich mach Schluss. Also, wir sehen uns morgen oder so. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Durchhalten. Schön, dass ihr so treu seid. Und äh... Dann sehen wir uns und wünsch ich euch erstmal einen schönen 4. Advent, ne? Ist ja auch denn morgen. Sehen uns ja am 4. Advent erstmal nicht. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.